Oh Gott, ey, wirklich tough in it. Let's go. Also ich muss sagen, es fühlt sich eigentlich schon ganz gut an. Oh Gott, das ist gar nicht so schlecht für blind, oder? Ab dem Zeitpunkt, ab dem du gesagt hast, boah, es fühlt sich eigentlich gut an. Ich hatte so ein gutes Gefühl, aber das ist ja Katastrophe. Aber hier sind Tore drin, sag ich dir. Da sind Tore drin, mehrere.